So, ich glaube aber, mit dem Papagei haben wir auch nicht ein einziges Secret gefunden. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass es das hier vielleicht noch gibt. Wenn wir zum Beispiel diese Wespe eine Million mal anbrechen. So viel dazu. Einen wunderschönen guten Tag, alle meine Freunde zusammen. Ich bin es mal wieder, euer B-Dude und heute gibt es eine weitere Ausgabe von Alt und Geil. Ich würde mal sagen, mit so einer kleinen Bonus-Episode, da ich mich dazu entschlossen habe, das Spiel komplett durchzuspielen. Demnach gibt es heute die Welt 2 nochmal. Ich glaube, die nannte sich der Krokodilkessel. Und da hatten wir noch einige Levels, wo wir ein paar Sachen holen mussten. Und das werden wir jetzt mal hier in diesem Part versuchen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ihr seid mit dabei. Falls ich hier irgendwie zu lange rumschludere, gebt mir Tipps unten in den Comments, wie das schneller gehen kann. Und dann springen wir am besten mal gleich in das Spiel. Ja, und wir finden uns jetzt hier. Alles wunderbar. Und um das natürlich zu machen, checken wir jetzt erstmal aus, was uns denn jetzt hier noch für Level fehlen. Einmal Club als Kiosk, aber das machen wir jetzt nicht. Lava, Samba, Hammer. Äh, die Böllergrube. Eigentlich fehlt uns in jedem Level irgendwas. Na geil. Oh, scheiße. Scheiße. Ähm, Cut. Wir machen das doch nicht. Nein. Wir bleiben jetzt dabei. Und zwar, ähm, müssen wir nochmal gucken, das erste Level nannte sich Lava Samba hat man. Hier, die Böllergrube. Und da werden wir uns jetzt erstmal hier ein paar nützliche Hinweise geben. Gucken wir mal, zum Beispiel von der guten, wie nannte sie sich, Winky Kong oder irgendwie sowas. Die Schlange, Klettern in den Tauen. Kongbuchstaben, Squiddersnets, Kremmünzen, Entgegner. Okay, ne, die gibt uns keine Tipps. Dann müssen wir zu Cranky. Kong, die Kong, Kong, Kong. So, da ist er. Böllergrube. Das war's doch. Gleich beim Start rechts, da war doch mal was. Aha. Alles klar. Gleich beim Start rechts, da war doch mal was. Das ist ein super toller Tipp. So, uns fehlt nur die DK-Münze. Sonst die geheimen Dinger haben wir. So, holen wir uns erstmal ein Diddy. Huh. Ja, na hier. Fuck, falscher Knopf. Äh, Select war's, genau. Huh. Na ja, okay, das haben wir doch. Na super toll. Jetzt haben wir zwei Münzen dafür ausgegeben, für dieses wunderbare, äh, Arsch-Secret. Die, 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 die. Die, die, die. Gleich nochmal. Zack, hoch, hoch, hoch. Und gleich nochmal. Switch to Diddy Kong. Zack. Switch to Dixie Kong. Zack. Und da haben wir sie Scheißdreck Wir brauchen nur noch die DK-Münze Wo kriegt man die jetzt her? Vielleicht von mir? Nö Und das kriegst du in dein Gesicht Da müssen wir uns jetzt hier schon immer Alles ganz genau angucken Aber natürlich wieder diesen unfassbar geilen Soundtrack Ja, äh Puh Ich weiß nicht so wirklich Oh, shit Okay Da war sie nicht Was hab ich mir hier bloß vorgenommen? In der Böllergrube fehlt uns die DK-Münze Und die werden wir uns jetzt hier ergattern Ich hoffe mal, dass ich die jetzt natürlich auch finden werde So Zack Und los geht's Dixi Checken nochmal alles aus Denn ich hab als Tipp Ähm Von einem Kumpel erhalten Dass auch DK-Münzen In Bonusfässern drin sein können Deswegen muss man sich das immer alles Ganz genau hier angucken Ja So viel dazu Na gut, da haben wir sie schon Sehr schön Dann werden wir jetzt das Level hier noch mit super Speed hier zum Ende tragen Super smarter Move von dem Beer Dude So Jetzt machen wir hier einfach mal richtig krasse Speedrun Action Zack Zack Ja, super smartes Speedrun Action Glad so smart Dass ich draufgegangen bin Ho, einfach drüber So 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 Und hier geht's weiter Zup 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 Tum Zup Bam so hier geht es hoch und durch unter den kleinen fucker bitches und dann geht es weiter und den nehmen wir uns so gleich nochmal und drunter durch, hoch, zack, rüber und auf das Pult und jetzt holen wir uns noch dieses Explosiv-Ding und boorzen den fucker weg genauso wie die ganzen anderen fucker hier, denn das ist voll das fucker-fuckfest ich habe es heute mit fucker irgendwie, warum auch immer, tut mir leid, tut mir leid, bitte nicht ausschalten so, bam, oh, voll geil der Move, habt ihr gesehen, so ist das smart genug und da haben wir das Bonus-Gedöns in dem Böller-Group-Level sehr smart, sehr, sehr smart so, was kommt denn hier als nächstes? als nächstes würde die Lava-Lagune kommen wahrscheinlich, oder? weil hier ist Funky Lava-Lagune und da fehlen uns Bonus-Fässer, da haben wir die Decay-Münze ich gucke nochmal, wie hieß es? Lava-Lagune Lava-Lagune, 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 Lava-Lagune Lava-Lagune, ein gerades Tipp ich habe gehört, dass ich etwas unter dem ersten Zwischenspeicher befinden soll mehr Tipps gibt es nicht? mh, dieser Bastard so, dann checken wir da jetzt mal rein ach du Scheiße das geht ja schon mal richtig wahnsinnig gut los so, ich mache das jetzt erstmal hier fix das, was er meint, weil nicht, dass es das ist das wäre ja schön smart unter dem ersten Zwischenspeicher wachs yeah unbesiegbarkeit oh oh huh, das war knapp unter dem ersten Zwischenspeicher da sind wir ja jetzt eigentlich hier richtig hm hm oh oh könnte echt sein, dass uns das fehlt, ha? oder? ja, nee hä? fuck hm hm so, aktivieren wir den Bitch Boy nochmal hier gibt es auch nichts zack immerhin ein Leben und nein jetzt ist das hier abgesperrt Scheiß Dreck hm fuck you shit naja naja da bin ich wieder einem Bazillionen Versuche später springen wir mal wieder rein ich habe jetzt mittlerweile eine Vermutung so Ja, ich habe mich jetzt mittlerweile auch dafür entschieden, dass ich hier nicht mehr ähm das komplett aufnehme weil ich habe jetzt wirklich richtig viele Versuche hier gebraucht und das muss ja nicht immer auf Band sein wird ja dann glaube ich wirklich auch für euch ein bisschen ermüdend so zack genau da ist es nämlich so, was muss man hier machen? alle Gegner töten okay trägt mal hin zack 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 und da war jetzt das einzige, was war noch diese komische Einbuchtung dort oben mit diesem Fass dran und es hat tatsächlich funktioniert ich bin so stolz auf mich unfassbar fuck jetzt noch sterben smart super smart so und hier ich zeige euch nochmal das hier wäre die DK Münze gewesen ich hole sie mir jetzt hauptsächlich wegen dem Didifass zack damit wir es jetzt einfach noch hier komplett haben zack und dann holen wir uns den Lebensballon so was fehlt uns denn jetzt noch? jetzt haben wir hier noch den heißen Ritt und Squawks Schacht heißer Ritt heißer Ritt heißer Ritt heißer Ritt da sogar ein Gratistipp gibt es für uns gucken wir uns hier nochmal an wenn ihr schlau seid benutzt ihr das Rhinozeros um durch die erste Hälfte zu kommen wir sind aber leider dumm dumm und doof und rätungslos heißer Ritt so bam so genau ich werde es so machen das ist glaube ich eine ganz smooth Idee ich werde euch immer den ersten Versuch nochmal zeigen und dann den wo ich es hoffentlich schaffe das Level war ja auch so schon nicht gerade einfach so und hier holen wir uns wieder das Rhinozeros Rambi bam wo ich mich aber immer noch frage warum zum Teufel kann Rambi auf einem Ballon schweben oh beide auf einem Streich vielleicht ist hier oben irgendwas nö ja das sollte man auch immer beachten vielleicht hier nö so und weiter geht's und das ist so toll das Spiel ah ich liebe es macht man das so oh oh war das smart super smart würde ich schon fast behaupten äh ich hatte jetzt gar nicht aufgepasst was uns hier überhaupt noch fehlt scheiß Dreck irgendwas hatten wir hier schon ein was von beiden vielleicht ist hier was yeah tatsächlich und ich glaube das haben wir noch nicht machen alle Gegner fertig kriegen wir hin Bats 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 Juhu na ok dann werden wir wahrscheinlich die DK Münze schon haben nervös vielleicht ist genau das das was uns hier noch gefehlt hat weil die das da unten haben wir auf jeden Fall das weiß ich ich zeig's euch trotzdem nochmal machen wir wieder so ein 100% Mist weil hier kann man nämlich mit dem Ballon oh it's magic durchfliegen direkt zu dem Bonusfass so sammelt die Sterne oh und gleich im ersten Versuch alles gefunden sehr smart muss ich mal selber von dir äh hier sagen oh oh schnell rüber bevor wir jetzt hier sterben beziehungsweise ich muss es ja auch jetzt nicht nochmal machen die hab ich ja schon geschafft geht ja bloß darum euch nochmal zu zeigen wo die denn hier versteckt war so und da haben wir sie gleich zweimal wuhu so weiter geht's äh komisches Bienending friss das dicker Fass und ja gut das habt ihr übrigens nicht gesehen einfach unten durch machen wir jetzt hier auch nochmal so aber kann jetzt sein dass ich wirklich die Dekamil zu verpasse nehmt's mir nicht so übel wie gesagt ich hab sie ja schon ich weiß aber nicht mehr wo die war es wäre jetzt auch Zufall wenn ich die jetzt hier irgendwo finden würde vielleicht war sie hier oben irgendwo das könnte sein naja egal weiter geht's uah schön gewesen, aber andererseits, wir haben jetzt auch alles hier, also von daher scheiß drauf, ich zock's jetzt einfach nochmal ich will das ja schon hier komplett abschließen und deswegen machen wir jetzt hier einfach wenigstens das Level nochmal hier komplett, wir sind ja auch schon am Speicherpunkt muss ich ja auch schon was hier bieten in den Parts dadurch, dass ich das ja immer nur so zusammenschneide, wird das ja sowieso nicht so super sonderlich viel werden oder so super sonderlich lang ich will hier einfach nur ein paar kleine Bonus-Episoden noch machen da es hier, das kann ich schon mal sagen, wirklich nicht richtig wichtig ist, alles zu bekommen, aber es gibt hier noch ein paar Extras beziehungsweise Level, die man machen kann, wenn man 100% hat, also wenn man alle Bonus-Dinger gefunden hat und das will ich euch schon gerne zeigen, weil das auch eine sehr geile, anspruchsvolle Welt ist und des der wegen will ich es einfach komplett haben, es ist jetzt halt nicht wie bei Country 1 da ist es vollkommen egal da gibt es nichts Tolles, Besonderes wenn man alles hat, man hat halt bloß alles also vielleicht gibt es auch ein tolles neues Ending oder sowas, das weiß ich nicht mehr aber zumindest gab es nichts weiter zum Zocken so hier an die Stelle, das hätte man doch nicht sterben, wenn sie so ein Schwachsinn weiter geht's bei allen Dingen wäre 100% hier hinten sowieso das Ende gewesen so vielleicht war die auch hier ich glaube die war irgendwo über den Bienen drüber die DK Münze aber ich weiß es nicht mehr guckt auf jeden Fall über den Bienen irgendwo wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch das Day das ist so eine fiese Stelle hier oh oh jawohl und schön wieder alle Bananen einsammeln gleich da oben scheiß drauf yes sehr schön und dann haben wir jetzt nur noch Squats Schacht Squats Schacht wenn ihr wüsstet was hier auf meinem Zähler steht Leute ich nehme schon eine ganze Weile hier den Mist auf so und hier fehlt uns lustigerweise alles muss man hier gucken ne da war nichts ok alles klärchen vielleicht findet man ja wenigstens ein was hier ohne Hilfe na 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 ah wieder die tolle Musik sagen wir nicht sogar vielleicht einer der geilsten musikalischen Titel aus Donkey Kong Country 2 der im Hintergrund gespielt wird ich liebe ihn einfach obwohl wie gesagt die komplette Mucke hammer mäßig ist fuck ein Bonusfass und jetzt gucken wir wieder in den Bonusfass drin finde die Münze vielleicht fehlt uns das ja auch schon hier ne das fehlt uns noch nicht aber hier könnte vielleicht auch die DK Münze drin sein weil das hat man noch nie geöffnet hier nö aber vielleicht gibt es was wenn wir alle nö nö gibt es nichts aber das wäre jetzt smart gewesen wenn wir jetzt hier noch die DK Münze gekriegt hätten aber gut man kann ja nicht alles haben doch eigentlich schon wir wollen ja auch alles haben so ein Schwachsinn zack zack drüber nochmal ne gut so da unten weiß ich jetzt mittlerweile da war nur ein sinnloser Kackballon drin da hinten war ein Dixi Teil aber da wir natürlich jetzt Dixi verloren haben kriegen wir das nicht mehr ich hoffe mal dass hier irgendwo noch ein Pass kommt wo ich eventuell Dixi kriegen kann aber das sieht alles nicht so aus ach ist das uncool das gibt es doch nicht da muss ich doch irgendwo Scheiße ja toll hier jetzt jetzt genau jetzt brauchen wir die Scheiße auch nicht mehr so ich glaube aber mit dem Papagei haben wir auch nicht ein einziges Secret gefunden ich könnte mir eigentlich vorstellen dass es das hier vielleicht noch gibt wenn wir zum Beispiel diese Wespe eine Million mal anbrechen so viel dazu zack wir holen einfach alles und töten jeden Gegner du auch genau ey cool die Schüsse kann man abwehren mit der Attack das ist ja geil das wusste ich auch noch nicht oh hoho oh fuck ah wie cheatisch ist das denn naja vielleicht ist das genau das was uns hier fehlt oh fuck you oh oh das gleich beides wie geil ist das denn wuhuu dididim dididim dimm mache alle Gegner fertig na das machen wir doch natürlich stirb Wespe kriegst du voll auf den Mund und du auch Wespe du bist du du auch du auch und du auch bist du hier da versteckt sich noch einer so super squawk super super bau 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 yes yo so stelle ich mir das vor kommt mir irgendwie noch ins Ziel nö bau 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 b Ja, okay, dann machen wir jetzt wieder Speedrun-Action. Yeah. Oh, war das smart. Habt ihr es gesehen? Wie geil war das denn? Super-Bi-Dude-Move. Ach, Mensch. Ja, ein paar Bananenwünsche holen ist ja eigentlich auch nicht so kacke. Speedrun-A-Dude. Oh, mein neuer Name. So, da haben wir das. Diesmal holen wir uns den Speicherpunkt, denn so eine Kacke müssen wir nicht unbedingt nochmal machen. Zack. Und da ist er, Squawks. Und jetzt machen wir hier nochmal richtig krasse Speedrun-Action. Immer kotzen und fliegen. Oh, ihr dummen Wichser. Da, 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 da. Na, scheiße. Wow, da ist so nicht. Du wirst angespuckt. Anders hat er es nicht verdient. Oh, nee. Und da wäre tatsächlich das Ende gewesen. Ich hasse dieses Spiel. Und sogar nochmal alle Kong-Buchstaben eingesammelt. So ist das geil. Haha. So, und jetzt müssen wir ja eigentlich alles haben, wenn ich mich nicht irre. Ja, müsste es gewesen sein. Einmal speichern. Tun wir auf jeden Fall noch. Ja, Tipps brauchen wir nicht. Wir sind viel zu stark für Tipps. So. Die Schule verlassen. Gut. Lustig, dass wir jedes Level mit Diddy Kong abgeschlossen haben. Wenn ich eins suche mit Dixie. Naja, scheiß drauf. Ähm, wir müssen hier zu... ihm. Ja, guckt mal. Galleonsplanken. 100%. Und Krokodilkessel. 100%. Und als nächstes kommt dann der Kremkai, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr diesen Special-Bonus-Zwischenpart euch angetan habt. Wie gesagt, ich werde euch das ein bisschen hier zusammen cutten. Weil ich habe hier unglaublich dicke Zeiten auf meinem Zähler stehen. Denn es hat doch ein Weilchen gedauert, alles zu finden. Und das will ich euch, wie gesagt, nicht antun. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Benutzt das mal mit so als kleine Hilfe, falls ihr die Münzen nicht findet. Denn ich habe es einfach super krass drauf. Und dann sehen wir uns natürlich in dem nächsten Teil wieder. Da beschäftigen wir uns dann mit dem Level Kremkai oder der Welt Kremkai. Und schauen mal, was uns dort erwartet. Vielleicht kriege ich ja dort wieder alles beim ersten Mal. Ganz bestimmt. Okay, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich morgen wieder im nächsten Video. Ich bin's, euer Bidude. Bis dahin.